Ja moin, willkommen zurück zu After Us. Wo bin ich denn hier stehen geblieben? Ui, da hatte ich aber gestern einen guten Tag, hä? Okay, da hatte ich gestern aber einen sehr guten Tag. Ach, deshalb bin ich hier stehen geblieben. Alles klar. Hallo, na Leute? Ui, okay. Toll, 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 toll. Nein, 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 nein. Du kannst mich mal. Was macht ihr alle hier? Warum seid ihr alle hier? Und warum seid ihr so? So, ui, und, warte, no, no, okay, nicht zu weit zurück. Moment, das mit dem Rennen funktioniert manchmal nur so mittel. Nein! Alter, lass mich in Ruhe. Ach, gosh, ihr Typen, ey. Beengter Raum und so, keine gute Ausgangsposition. Ui, Moment, jetzt singe ich auch noch. Na gut. Okay, ein paar weniger, Moment, Anlauf. Und dann, zack, so, mittendurch. Okay, wieder ein paar weniger. Sehr schön. Oh, warte, wie ging das noch? Ach, so ging das. Genau. Okay, ja, lauf nicht so schnell, mein Freund. Ups, oh, das war sehr sinnlos. Ich hab da was für dich. Ei. Na, noch jemand Bock auf mehr? Ja, haha. So. Okay. Puh, was habt ihr beschützt? Was haben die denn eigentlich da von sich gegeben? Jetzt können wir singen, ne? Ja, unterschiedlichste Richtung, keine Ahnung. Hm. Hm. Okay. Das hier sieht doch irgendwie, ja, sogar sehr, hm. Sogar sehr viel versprechen sie das aus. Okay, guck mal, da oben. Da oben, ja. Sollte das etwa einer der Punkte sein? Äh, okay. Aber bei zweien sind wir noch nicht range. Bei zweien sind wir noch nicht. Ne, das hat noch nicht gereicht. Hi, ihr spielt mit dem Licht, ne? Sorry, aber das muss ich euch wegnehmen. Oh, ein Bär. Okay. So, wie geht's weiter? Äh, da hinten und dorthin. Hm. Möchte ich das schon? Oder ist das... Guck mal, da ist noch jemand. Hi. Hm, Erinnerung freigeschaltet. Oh, sie hat ihre Figur... Sie hat sich selbst figurierend. Und... Ach, schön. Wir sind noch on track. Noch ist alles okay. Wo geht's da unten hin? Dann geht's... Das sieht aus wie... Ne, das ist die... Ach, das ist die Galerie, durch die wir gerade gelaufen sind. Ha. Okay. Aber das heißt doch auch... Lass gucken. Wir sind hier ganz in der Nähe von einem Punkt. An den... An den... Da komm ich nicht ran. An den vielleicht. Hm. Wir sind hier. Oh, ja. Oh, wie gut ist das denn? Ja, wie gut ist das denn? Da hinten, guck mal. Da ist noch einer. Komm ich da irgendwie dran ran? Ne, Moment. Ich brauche den Wagen einfach nur zur Seite schubsen, oder? Geht das? Ja, es geht nicht. Okay. Kann ich da oben was mit ausrichten? Hm, warte. So, jetzt... Ne, das scheint nicht zu funktionieren. Okay, wie komme ich da hinein? Augenblick. Hier war doch kein Durchgang, ne? Ich glaube nicht. Es sei denn, von da oben musste ich da reinkommen. Moment. Hm. Könnte sein, dass ich... Bäh. Dass ich da vielleicht... ... einen Ort verpasst habe. Wo geht's? Da oben geht's lang. Okay. So, da kommen wir zurück. Geht's hier noch weiter? Ja, auf engem Raum zu gucken, ist hier keine gute Idee. Also, aber es scheint zu... Moment. Nein, da war gar nichts. Da war nur eine Ecke. Okay, so. Und von hier aus da rüber... Aber hier drüben sind wir gewesen. Da war kein Durchgang. Nein, kein Durchgang. Okay, das ist also... So kommen wir nicht dorthin. Können wir jetzt mal Tag sagen? Hm. Wie kommen wir in diesen Raum dort hinein? Hm. Dahinter gehen die Schienen nicht weiter, deswegen funktioniert das Ding nicht. Das funktioniert nicht. Okay. Kommen wir von oben in den Raum hinein? Nein. Von der Seite aus auch nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Hm. Aber welchen? Es sieht nicht so aus, als ob ich außen rum gehen könnte. Nee, da ist auch ein Maschendrahtzaun. Okay, das heißt, es muss einen anderen Zugang geben. Und es ist scheinbar nicht dieser hier. Nee. Hm. Durch das Loch wird sie sich doch nicht durchquetschen können, oder? Nee. Nee, bedauerlicherweise nichts. Oh, warte. Falsche Richtung. So. Und jetzt? Na, nee. Das Loch ist zu klein. Hm. Aber ich kann damit reinschießen. Bringt das was? Oh, das bringt was. Doch, ja, das bringt was. Warte. Ähm. Moment. Nee, wie mache ich es? So. Und jetzt hole ich den Wagen nämlich zurück. Ähm. So. Ha, 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 ha. Du trickst mich nicht aus, so. Okay. Hier. Meiner. Yeah. Ria. Oh. Okay. Welcher ist das? Hm. Ja, den da. Hm. An dem, an dem jetzt oben kommen wir wohl nicht mehr dran vorbei. An dem unteren könnten wir aber vorbeikommen. Hm. Okay. Warte mal. War das schon mal eine Option? Nee, ich glaube nicht. Wir kommen jetzt zu dem zurück. Oh, warte mal. Hier gibt es erstmal noch mehr Leute zum Tag sagen. Hallo. Und dann gibt es hier noch ein paar mehr Bäume zum Wachsen lassen. Ja. So nämlich. Ah, schön. Ja, finde ich gut. Okay, aber da geht es doch auch noch irgendwo hin. Kommen wir da weiter rein? Hm. Hm. Äh, ich fürchte, da komme ich nicht drauf. Und wenn, würde es das bringen? Könnte sein. Warte mal. So, so. Doch, komme ich drauf. Okay. Okay. So, ich gehe hier nochmal zurück. Dich hätte ich nämlich gerne. Oh, Fernseher. Oh, Fernseher. Alles klar. Wollen wir von hinten nehmen? Äh. So. Äh, no fire geschaltet. Oh, fast fertig. Und zum Schluss wird die Katze vom Tisch. Ich habe ein bisschen wetten. Hm. Okay. Wir sind noch on track. Guck mal, da geht es irgendwo hin. Hallo Leute. Na? Ah, geht es euch gut hier? Weil nicht. Äh. Oh, nicht schon wieder. Oh nein, ich hasse das. Geht weg. Kein Bums? Doch, jetzt Bums. Okay, jetzt müssen die doch eigentlich entschärft sein, oder? Sie sind es nicht. Oh, warte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und wo ist der? Oh, da sind noch mehr. Da sind noch so viele. Warum? So. So. Ah. Unglaublich. Und wir stehen natürlich wieder ganz am Anfang. Ah ja, klar. Moment, ist das ein kluger Schachzug, jetzt hier lang zu gehen? Ich weiß es nicht. Eins. Nein! Nein! Und jetzt sechs. Ah, ich kann gar nicht so schnell rennen. Sieben, acht. So. Ah. Geschafft. Juhu! So, was habe ich unterwegs verpasst? Dort geht's hin. Ja, okay. Ich möchte aber auf jeden Fall noch auf der anderen Seite hoch. Also, wenn wir hier zu einem Point of No Return kommen, dann... Da oben. Ha. Erstmal. Hallo? Wir holen noch ein paar von euren Freunden. Ja, sehr gut. Äh. Was auch immer das ist. Cool. So. Und da kommen wir da oben hin. Welchen haben wir denn jetzt bekommen? Ach, wir haben den bekommen. Ach, nee. Guck. Super. Finde ich gut. Kommen wir von hier aus da rüber? Ja, scheint es uns zu sein, ne? Okay. So. Hier hoch. Und was habe ich mich hier gemüht, um da hochzukommen? Also. Hm. Mhm. So. Hier hoch. Irgendwie... Ach. Nein, komm schon. Ernsthaft. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein, Leute. Hört auf damit. Lasst das. Alter. Ernsthaft? Wie viele denn noch? Boah. Echt jetzt? Alles voll von Bomben? Toll. So. Zack. 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 Nein, nicht zack. Zack. Hilfe. Zack. Oh. Scheibenkleister. Reicht nicht, ne? Äh. Alter. Uh. Okay. Da oben. Die können wir, glaube ich... Oh, da ist noch einer. Weg damit. Und die anderen können wir, glaube ich, lassen, ne? Können wir es halt... Nee, können wir nicht lassen. Und dann geht hier gleich alles hoch. Ja. Und dann geht hier gleich alles hoch. Vielleicht ist das auch ein guter Plan. Warte mal. Moment, vielleicht ist das ein guter Plan. So. Lassen wir sie doch. Wir gehen hier wieder zurück. Hopp. So. Und schauen uns aus sichere Entfernung das Feuerwerk an. Und dann geht es nämlich ganz wieder von vorne los. Okay. Ich muss die richtige Abfolge finden. Sehe ich das richtig? Mist. Okay. Okay. Okay, cool. Nein. Was? Okay, das könnte ein bisschen was dauern, Leute. Fantastisch. Na, schieb schon. Okay, wie komme ich hier hoch? Okay. 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 Ich könnte natürlich auch hier oben ausweichen. Nein. Nee, kein guter Plan, ne? Nein, kein guter Plan. Okay, nossa. Okay. 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 beigek. Nee, kein guter Plan. iso hier what ... Habe ich es geschafft? Ich habe es tatsächlich geschafft. Wow. Ich habe es geschafft. Leute, ich habe es geschafft. Juhu. So, wo ist denn hier was? Da drüben und da unten. Okay, dann lass uns doch mal nachsehen. Wow. Cool. Hat funktioniert. So, wo? Genau. Da hinten, sagst du? Oh, nee, aber es ist doch nicht hier. Nee, es ist doch auf der anderen Seite. Ähm. Ja. So, ne? Ja. Erinnerung freigeschaltet. Ja, sie hat es geschafft. So stolz. Und Katze freut sich auch. Ah. Okay. So, wie komme ich hier jetzt wieder zurück? Ah. Nicht da hinten rüber, ne? Irgendwie hier so. Ja. Okay. 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 Okay, hat funktioniert. Gut. Aber hier war noch mehr. Da hinten und nach unten, sagst du. Okay. Hatte ich nicht irgendwas gesagt von wegen Point of No Return? Wo war das denn noch? Das war nicht hier, ne? Hm. Hm. Na ja. Ja. So. Hier ist... Hier sieht es ziemlich danach aus, als würden wir einfach weitergehen. Hm. Lohnt es sich nochmal zurück zu gehen? Hm. Da ist noch eine Erinnerung. Die geht nach oben weg. Möchte ich das dann hier schon? Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht oder... Ob wir hier dann irgendwas verpassen. Oh. Dabei fällt mir auf, wir sind lange nicht mehr an einem... Ähm... Dings da vorbeikommen, ne? Oh, das ist nicht gut hier. Haha. Wir sind lange nicht mehr an... Da ist ja ein Feuerturm. Warte mal, wo hat er mich denn jetzt hingebracht? Hier. Hi. Ihr liegt hier einfach nur faul rum, ne? Toll. Okay, das heißt aber, dass hier das Ende ist, ne? Ich muss also nochmal hoch. Ich muss definitiv nochmal hoch. Wir haben hier drüben noch was zu erledigen. Hüpf. Hi. Sorry. Entschuldigung. So, wie bin ich denn nochmal hier rüber gekommen? Da hinten lang, ne? Ja. Irgendwie so hier so. Wie? Ich muss das hier nochmal machen. Das möchte ich nicht so gerne. Hüpf. Oh. Ne, Moment. Hier sind wir über die... Diese Dinger gekommen. Ja. Ist da drüben noch etwas? Ich bin nicht nah genug dran. Ich bin nicht nah genug dran. So. Ist hier noch etwas? Vermutlich nicht, ne? Nein. Wenn, dann hätte es uns das schon angezeigt. Aber... Hm. Ist das wirklich so? Ich zweifle gerade, ob das so eine kluge Entscheidung ist hier. Ah. Na gut. Also, stellen wir uns mal in die Richtung. Und jetzt, wenn ich hier rum y-ne. Ich würde an den da halt eben gerne noch rankommen. Es ist nur die Frage, wo ich das kann. Tja. Es muss so weitergehen. Auch leichtes Ruckeln. Da unten, da sind wir langgegangen. Okay. Ja, gut. Irgendwie muss es ja weitergehen, ne? Also, probieren wir es jetzt tatsächlich hier. Wir kümmern uns um die lustigen Leute, die an die... an diesen Bohrturm angeschlossen sind. Dann haben wir den freigeschaltet. Können von dort aus halt eben jederzeit hier zurückrennen. La, 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 la. Na, ihr wisst schon. So. Zack. Und dann von hier aus, wo wird der weitergezackt? Da wird gezackt. Und jetzt? Da drüben wird gezackt. Okay. So. Hi. Oh. Da ist ja jemand. Hey. Du kannst gerne... Kommt die hier drauf? Die kommt hier drauf. Ich möchte dich gar nicht hier haben. Okay. Vielen Dank. Hm. Da kommt hier schon der nächste. Mann, 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 Mann. Das ist aber auch hier. Uh. Okay. Warte. Okay. Gut. Cool. Voll gut. So. Da zeigen aber noch zwei weitere hin. Irgendwo anders. Da hinten. Da ist noch einer. Hi. Moin. Okay. Nochmal. Nochmal. Oh. Der wirft mit was. Oh. So ein Fiesling. Und ich bin nicht ausgewichen. So. Jetzt. Das hast du jetzt davon. Okay. Und der andere geht da in die Richtung. Wartung. Äh. Eh. Matsch. Bläh. Eh. Dann hole ich erst mal wieder zurück. Erks. Na? Da ist er ja. Hallo. Komm doch mal. Äh. Warte. Oh. Das war nicht gut. Das war keine gute Idee. Maul. Ho ab. So. Nur, dass du Bescheid weißt. Noch einen? Ja. Mhm. Okay. Da ist aber noch einer. Ah. Der ist hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Ja, komm. Putt, 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 putt. Nein. So. Okay. Gut. Ne. Ich hau mal ab. Geh weg. Hab ich erwischt. Okay. 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 Haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Tippen am Start, ne? Wo ist der denn? Da oben. Puh. Na gut. Cool. Sehr gerne. So. Na. Magst du mal zu mir kommen? Du bist doch ein kluger, ne? Du bist doch ein ganz kluger Bengel. Äh. Warte. Wo ist er? Okay. Okay. Oh, er ist hier. Er ist hier. Nein, er ist nicht hier. Wo ist er denn? Das ist so komisch. Da drüben ist er doch. Ah. Ja, warte. Warte, ich krieg dich. So. Bläh. Nicht auf mich drauf fallen. Ich möchte deine Brüste nicht im Gesicht haben. So. Ähm. Noch einer? Könnte das sein? Warte mal. Noch einer? Ne. Ich müsste den Turm doch jetzt... Doch, da ist noch einer. Äh. Da oben. Okay. Alles klar. So. Äh. Ui. Jawohl. Okay. Oh, hi. Ah, dafür bist du gut. Oh, Moment. Hau ab. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ja. Okay. So. Hier. Mein Licht. Bäh. Okay. So. Das müsste aber jetzt reichen, ne? Kann das sein? Ist es noch jemand hier? Ernsthaft? Ne. Es zieht sich zurück. Okay. Alles klar. Dann muss ich nach unten. Hopp. Hopp. Jui. So. Von wo aus kann ich den Turm ausschalten? Das käme mir sehr gelingen. Von der Seite aus. Okay. Kann ich da runter springen? Keine gute Idee. Wir gehen also zurück. Nope. Ui. Yes. Okay. Ja. Ja. Alter. Ii. Direkt über der Matsche. Ii. Ah. So. Nein. So. Hahaha. Jawohl, ja. Mhm. Oh. Und wir sind schon kurz vertöt. Da geht es weiter, sagst du? Ja. Freut mich. Cool. Ah. Hier kann ich hochwandern. Aber Moment. Moment. Hier ist doch noch was. Oder noch jemand. Da oben. Moment mal. Wir sind jetzt wieder oben. Wie konnte das passieren? Hm. Das führt mich nur dort hin. Ich meine. Ja, guck mal. Hier ist. Da ist noch ein Blau. Ein Blau für unten. Okay. Das Blau für unten. Das holen wir uns noch. Den Geist. Hüpf, hüpf. Jui. So. Geht mir mal die Richtung an. Jetzt zeigt er nur noch da. Okay. Cool. So. Wo ist das Blau? Zeigt nochmal. Er zeigt nur noch den an. Warum zeigt er nur noch den an? Hier drüben vielleicht. Er zeigt nur noch den an. Eben hatte er doch noch einen Blau für mich übrig. Da. Jetzt hat er einen Blau für mich übrig. Da drüben. Okay. Nicht hier, wie es scheint. Nicht hier. Hi, Leute. Ist hier unten dann noch irgendwas? Liegt er hier auf irgendwas rum, was mich interessieren könnte? Das hier sieht nur wie Matsche aus. Da möchte ich nicht so gerne hin. RB streicheln. Oh, ja. So. Aber. Er zeigt in die Richtung. Aber da kommen wir doch gerade her. Was soll denn das? Den haben wir doch gerade. Warte mal. Guck mal. Da sind wir. Wir haben zwei. Na ja. Zu dem einen mögen wir noch hinkommen. Aber wir sind doch in unmittelbarer Nähe. Irgendwie. Wie komme ich denn da hin? Da unten? Oder ging es da unten weiter? Warte mal. Da ging es doch nicht weiter. Hier? Irgendwo da rüber? Nee. Er zeigt in die Richtung. Ich bin da schon richtig. Hier lang zu laufen war schon der richtige Plan. Aber er zeigt weiter nach unten und nicht nach oben. Wir gehen hier auffällig weit nach oben. Es ist dort. Wie komme ich denn bitte da hin? Das habe ich doch... Habe ich das hier nicht abgesucht? Ich habe es offensichtlich nicht abgesucht. Hm. Er zeigt dorthin. Aber von hier aus kam ich doch gar nicht weiter. Hä? Äh, warte mal so, von hier aus geht es doch, da geht es nicht weiter, tut mir leid, aber da geht es nicht weiter. Er zeigt in die Richtung. Oh, wo ist diesen, ja, Entschuldigung, ist wieder vorbei. Okay, er zeigt in die Richtung, also, gibt es denn hier irgendwo einen Zugang, den ich vorher nicht sah, nee, scheinbar nicht, scheinbar nicht, scheinbar nicht, scheinbar nicht. Hier vielleicht noch irgendwo? Nö. Und es flippt nach unten. Wenn ich hier nach unten gehe, da, in die Richtung. Okay, aber da ist doch nichts weiter als Wand. Ich weiß nicht, was du dafür möchtest. Spiel. Ich weiß nicht, wo das sein soll. In die Richtung, wir kommen nicht in die Richtung, ich schwöre. Oder geht es hier irgendwo raus? Da drüben vielleicht. Okay, also ich kann hier rüber gehen, das geht noch, ja. Aber das da ist doch schon wieder die Suppe, oder? Hier wird nichts angezeigt. Okay, cool. Das da ist, nee, das ist Beton. Ah, okay. Es zeigt noch weiter in die Richtung. Da kommen wir doch gar nicht mehr hin. Es muss vorher irgendwie auf dem Weg gewesen sein. Hm. Das ist jetzt nicht so. Nicht so. Okay, wir gehen mal weiter. Das wird Zeit, äh, also das wird ein Thema für eine Aufräumaktion. Kann das sein? Ich will, möchte jetzt wissen, ob hier oben irgendwas ist. So. Ob wir von da oben dann irgendwie, nee, es geht ja mal weiter nach oben. Es wird nicht wieder nach unten gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Moment. Das kann ich mir nicht ver... Oh, warte. Achso, hier ist mit Klettern. Ja. So. Okay. Hier gibt es eine Menge Bäume. Das ist ja schon mal gut. Aber, wenn ich das richtig im Blick habe... Nee, hier zeigt er mir... Wir sind zu weit weg. Hier zeigt er mir den gar nicht mehr an. Den blauen. Den Geist. Oh, warte. Den hätte ich machen müssen. Und wir sagen erstmal allen Leuten Tag. Hi. Moin. Ihr auch? Komm, euch tache ich auch mal. Ja, genau so nämlich. Und dann gibt es Bäume. Und hier gibt es noch mehr Bäume. Was ist mit euch hier? Ihr habt den Weg aus dem Steinbruch herausgefunden. Da oben geht es hin, sagst du? Noch mehr Bäume? Nein. Okay. So. Moment. Da unten ist nix. Das muss... Es muss irgendwo weiter am Eingang gewesen sein. Hm. Gesundheit. So. Was ist hier? Auf welche Schweinerei toben wir hier jetzt zu? Das sieht doch... Bäh aus. Das sieht doch wirklich... Bäh aus. Oh. Aber sowas von... Bäh. Bäh. Toll. Und ziemliches Ruckeln. Was? Sie wacht hier auf? Hm. Hm. Sieht aus wie eine von den Erinnerungen, ne? Ne, aber ich kann laufen. Also insofern ist alles gut. Wo befinden wir uns? Warte, lass gucken. Ah, wir sind kurz vor dem Hirschen. Also wir merken uns mal, der zweite Punkt da. Also jetzt der zweite von rechts. Da muss ich nochmal zurückgehen, um nochmal den einen zu holen. Hier ist nichts weiter. Cool. Okay. Was ist das da? Ein Scheinwerfer? Ein Scheinwerfer? Äh. Was ist jetzt? Eh. Wer schießt? Wer schießt denn da? Und auf wen? Doch nicht auf mich? Ich mag das nicht so gerne. Ich find's in der Regel ziemlich blöd, wenn er auf mich geschossen wird. Wer da? Was war denn das? Ah, da warte eigentlich auch rüber, ne? Hm? Ist das noch okay? Oh. Da hin. Okay. Wenn du meinst. Hier ist nichts weiter verrückt. Okay. So. Und da lang. Und dort lang. Gut. Kann das sein, dass die Scheinwerfer auf mich schießen? Ist das möglich? Hm. Riskieren wir es mal lieber nicht. Oh. Warte. Nicht gut. So. Aber hier geht's gar nicht lang. Hm. Da drüben. Na. Warte mal gucken. Nein. Hier ist nichts. Oh. So. Alles Wasser weg. Okay. Aber wo soll's dann sein? Wo ist irgendeine Art von... Was? Ich glaube, ich spinne. Kann ich auf die draufballern? Warte mal. Oh. Die... Ja. Es hat tatsächlich mit den Scheinwerfern zu tun. Aber kann ich die auch irgendwie außer Kraft setzen? Warte mal. Bisher konnten wir immer bei Feinen irgendwas machen. Hm. Hier scheinbar nicht. Okay. Bin ich nicht von hier gekommen? Leichte Orientierungslosigkeit. Das sieht nicht so aus. Obwohl. Ich meine nicht so genau. Keine Ahnung. Es wundert mich, dass hier gar nichts versteckt ist. Naja. Die Erinnerungen hatten wir ja voll. Also ist schon okay. So. Und da ist schon wieder ein Scheinwerfer. Toll. Wieso kann ich euch denn nicht aufschalten? So. Immer schön an der Wand lang. Oh. Da ist noch ein Scheinwerfer. Wo geht's weiter? Da drüben? Hm. Oder dort? Ne. Wahrscheinlich. Ne. Wo? Lass mich mal hier gucken. Oh. Hier ist nix. Also. Da drüben auf die Inseln drauf. Ja. Easy peasy. Hopp. So. Und dann hier. Das kriegen wir hin. So. Meine Güte ist das verwinkelt. Oh. Hier ist wieder ganz viel Wasser. Hä? Bin ich jetzt wieder? Ich bin am Anfang. Was? Ich bin im Kreis gelaufen. Ernsthaft? Ne. Nicht so ganz. Oh. Oh. Okay. Okay. Hier hinter verstecken. Wo geht's weiter? Da hinten, ne? Hier nicht. Okay. Der geht bis hier hin. Und dann. So. Darüber. So. Ja, ja, ja. Maul. Äh. Da schießt jemand ernsthaft. Und wirklich. Und. Oh. Das ist nicht gut. Was? L? L? Was ist denn L? Ich mach L? Okay. Eine Falle. Wie fies. Was ist denn das jetzt für eine Nummer hier? Das ist neu. Ich will nicht in eine Falle tappen. Mann. Also. Nach solchen Hängerchen von oben ausschalten, ne? Oh. No. Okay. Du bist. Du bist nicht an. Das ist schon mal gut. Hopp. Hopp. Hier gibt's auch nichts. Gibt's hier irgendwas? Nein. Okay. Ich hab das Gefühl. Äh. Noch mehr fallen. Iiii. Okay. Noch mehr fallen. Oh. Das ist nicht gut. Hahaha. Das ist gar nicht gut. Okay. Das ist überhaupt nicht gut. Ast rein. Ja. Finde ich spitze. Äh. So. Und jetzt müssen wir auf Scheinwerfer und auf Pfeilen achten. Äh. Und auf Sachen, die von oben runterhängen. Ach du liebe Zeit. Okay. Ja. Das ist spitze. Genau. Mach ruhig. Ne. Finde ich total in Ordnung. Äh. Ui. No. Warte mal. Was war L? So. Ne. Moment. L ist so rum. Okay. Wow. Was ist denn das für eine fiese Nummer hier? Ich glaube ich spinne. Aber ich glaube das mit den Fallen. Ich glaube das habe ich schon in dem Trailer gesehen. Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube. Hm. So. Darüber. Okay. Okay. Ich renne einfach erstmal auf ihn zu. Ne. Zu spät. Hopp. Okay. Nach oben. Oder. Dadurch. Ich glaube. Dadurch ist der Plan. Oh. Ja. Alles mit Ruhe. Okay. Hier ist viel Wasser. Toll. Noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser. Bin ich hier noch richtig. Da hinten lang. Ja. Ja. So. Kann ich die eigentlich entschärfen? Noch nicht. Ne. Die kann ich nicht entschärfen. Das heißt. Jetzt auch zu und durch. Ne. Okay. Gut. Na dann. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. So. Und hier. Wie weiter? Ne. Warte. Ich verstecke mich erstmal hinter dem Baum. Was ist denn jetzt? RT? Was ist mit RT? Oh. Noch ein. Achso. Der ist es. Ja. Ne. Schon gut. Okay. Noch mehr Fallen. Ich glaube das ja wohl nicht. Okay. So. Runter. Immer schön im Schatten bleiben. Da drüben ist Schatten. Okay. Hier ist. Ach. Ich fass es nicht. Das gibt es auch wohl nicht. Okay. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Los. Durch. Zack. Schluss mit vorsichtig. Kannst du vergessen. Nein. 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 Vergiss es. Ich haue jetzt ab. Das ist mir. Das wird mir zu dumm. So. Hopp. Okay. So. Durch das Minenfeld scheinen wir durch zu sein. Bin ich aber auch in die richtige Richtung gerannt. Hm. Da drüben? Ist das der Plan? Ne. Wo geht es denn hier weiter? Hallo. Ist jemand zu Hause? Da hinten hin? Oder waren wir da drüben schon? Da ist doch noch irgendwo. Was ist das denn? Sind das Federn? Ne. Das sind einfach nur sehr große Fallen. So. Von dort sind wir. Pff. Gekommen. Glaub ich. Ja. Es scheint mir, dass wir von dort gekommen sind. Also müssen wir wahrscheinlich hier. Doch. Hier irgendwo lang. Hm. 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 Ne. Das sieht nicht so viel versprechend aus. Da. Hier war ich schon, oder? Weiß ich nicht. Okay. Okay. Nee. Äh. Äh. Warte. Warte, 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 warte. Äh. Okay. 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 Jetzt. Nein. Warum? Aber von hier sind wir doch gekommen. Von da oben sind wir doch runtergesprungen, oder nicht? Äh. Äh. Was? Ach. Ach. Nicht schon wieder. Okay. Wow. Von dort oben sind wir doch runtergesprungen. Muss ich da hin? Ne. Ich hab keine Ahnung. Ich bin... Bin... Ja, 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 ja. Oh, hier ist keine gute Idee. Nein. Ach, verdammt. Auch das noch. Äh. Klar. Ne. Finde ich total in Ordnung. Soll ich irgendwie nach oben, oder was ist der Plan? Ne. Das machen wir doch jetzt nicht nochmal, oder? Ah. Okay. Ja, cool. Macht ihr mal euer Ding da. Ist okay. Da sollte ich vermutlich... Warte mal, muss ich da drauf? Ne. Was ist das ein Auslöser für eine Falle? Hier runter? Oh, hier scheint es runter zu gehen. Ja. Augenblick. So. Die Leuchte da stört ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Hm. Alter. Ja, was wir unseren Tieren antun, ne? So. Ein Fortsetzungsroman. Oh. Viel Wasser, aber immerhin das Ding leuchtet nicht. Bläh. Oh, doch, es leuchtet. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist absolut nicht gut. Oh, nein. Oh, ich möchte nicht. Oh, ist schon gut. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Okay. Ja. Wieso leuchten die... Bläh. Wieso leuchten die denn auf einmal so? Bläh. Warum? Warum macht ihr jetzt so einen Stress? Ah. Meine Güte. So. Jetzt. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das war's. Hm. Oh, keine Erinnerung diesmal? Immerhin haben wir ihn befreit. Immerhin das. Oh nein, sie sieht nicht gut aus. Wenn du das letzte Gefäß gefunden hast, wird meine Lebenskraft wiederhergestellt. Dann werde ich das Leben zurückbringen und die Verschlinger verbannen. Hm. Ist das eine... Ja, ist das eine Option? Äh, okay. Warte mal. Wir haben hier... Wir haben hier zwei... Drei sogar? Nee, zwei, die noch fehlen. Ich mache mich mal eben auf die Suche danach. Okay, ich glaube, ich habe einen... Zumindest ein Secret entdeckt. Irgendwas werde ich entdeckt haben. Ich bin hier... Hm. Naja, wo wir das erste Mal diesen Stress hatten mit den Explosionen. Das ist, äh... Ja, genau hier. Also zwischen diesen beiden Punkten. So, und zwar... Ähm... Hier unten, da stand noch ein Karren. Den habe ich jetzt gerade mal da reingeschubst. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme mit drin. Wenn nicht, dann... Tja, nicht. Ähm, so. Hier nämlich. So, da kommen wir jetzt drauf. Oh, war das in falsche Richtung? Ja. Okay. Hallo. Guten Tag. Rums. Genau, da sind wir vorher nämlich nicht drauf gekommen. Das hatte ich vorher irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Und da kommen wir jetzt irgendwie weiter. Da... Da hoch. Ne, wo hätte es denn gerne? Zeig dir hier irgendwas an? Er zeigt dir gar nichts an. Möglicherweise ist es auch... Möglicherweise ist es auch gar nichts. Weiß ich nicht. Finden wir jetzt heraus. Äh... Okay, hier möchte ich nicht so gerne... Nein! Oh, nicht springen. Nicht springen. Okay, alles klar. Nicht springen. Gut. Nicht springen. Ja. Da geht's. Wow. So. Da hinten geht's auch noch weiter. Cool. Nicht springen, habe ich gesagt. Hm. Jetzt hat's funktioniert. Okay. Okay. Soweit so Gucci. Hier wird immer noch nichts angezeigt. Das macht mich ein bisschen kirre. Okay. Irgendwo wird der Wagen wohl hingehören, ne? Ja. Ja. Hier. Können wir mal hinterher... Da oben geht's noch hin? Puh. Ich laufe erst mal dem Wagen hinterher. Oh, warte. Der kommt ja wieder zurück. Ich glaub, es geht los. Oh, der geht aber auch nicht weiter. Okay, cool. Oh, hier haben wir ja noch jemanden. Hi. So. Rums. Aha. Okay. Also, hier ist irgendwas. Ich weiß nicht was. Aber irgendwas. Ne? Sonst könnten wir diese Aktion hier nicht durchführen. Da hinten leuchtet's. Oh, ja. Wir bekommen mal eins von denen. Ja, ja, ja. Hoffe ich. Also, noch haben wir's nicht. Also. Na. Waa. So. Und jetzt. Schubs, schubs. Ja. Genau. Mann. Doch mal. Okay. Das hat auch noch geklappt. Aber jetzt müsste die... Ja, es wird sensationell angezeigt, in welche Richtung sie jetzt steht. Die Weiche. So. Okay. Sie geht zumindest... Der Wagen geht in den Waggon. Gondel geht zumindest in die Richtung. Das ist ja schon mal was. Iiii. Und hier ist die ganze Sauerei. Iiii. 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 Ist das... Bleh. Okay. Hüpf. Hüpf. Iiii. So. Haha. Yes. Okay. Alles klar. Ein... Ist das auch ein... Ne. Das ist ein Nasen... Nasenameisenbeer. So. Welchen haben wir? Den haben wir. Ausgezeichnet. Ja, hervorragend. Ach, das gefühlt mir gut. Gut. Aber nichtsdestotrotz. Einer ist noch übrig. Okay. Ich mach mal weiter. So. Ich bin immer noch in der Nähe. Hier haben wir immerhin auch ein paar Bäume, die wir aktivieren können. Ja. Ich fand... Oh. Okay. Du hast mich ein bisschen zur Seite geschubst. Mach nichts. Ist schon gut. So. Wo kann ich drauf? Da wahrscheinlich, ne? Risiko. Oh. Ja, ja. Okay. Hat geklappt. So. Hier auch. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend. Hüpf. Hüpf. Und darüber. Gut. Noch mehr Bäume. Alles klar. Ah. Oh. Warte mal. Das war zu kurz. Äh. Komme ich da noch rum? Nein. Mist. Moment mal. Okay. Hier erstmal. So. Okay. Jetzt aber. Okay. Wo geht's denn hier entlang? Geht's hier überhaupt irgendwo entlang? Hier kommen wir wieder zurück, ne? Ah. Okay. Okay. Clever. Und hier ist absolut nichts in der Nähe. Nee. Okay. Ja. Dann lass mich mal weitersuchen. da, 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 da. Ich hab was entdeckt. Da, 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 da. Guck mal. Da, da ist ein Durchgang. Da oben. Da. Das könnte sein. Oh. Das wär aufregend, wenn's das wäre. Warte mal. Ist es das? Uns fehlt noch der da. Genau. Ja. Warte, der ist jetzt aber nicht besonders weit. Okay. So. Vielleicht. Ich schalte mal da an, bitte. Ja. Könnte schon reichen. Oh je. Sollte es das tatsächlich? Ah. Das ist tatsächlich. Alter. Okay. Gut. Hier. Da sind wir. Ah. Ja. Ja. Das ist das, was ich von oben gesehen habe. Okay. Fabelhaft. Okay. Hier müsste sich hoffentlich ein Geist befinden und ich meine auch eine Erinnerung. Und ein Baum. Okay. Da geht's höher. Ja. Siehst du? Und beides zeigt nach oben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein exzellentes Zeichen. Hups. Ja. Ja. Erstmal geht's einmal Tag. So. Und da ist er. Jawohl. Geist befreit. Alles klar. Wir haben den letzten gefunden. Yeah. Okay. Jetzt ist aber die Frage. Nee, warte. Jetzt ist aber die Frage. Die geht noch höher. Okay. Wo muss ich denn da hin? Äh. Aber wir haben doch momentan hier nicht alle erreicht. Hatten wir hier nicht alle Erinnerungen bekommen? Das muss doch dann. Warte mal. Das muss doch dann. Muss doch dann. Muss doch dann. Muss doch dann. Kannst du mal einen Satz zu Ende bringen, bitte? Ähm. Das müsste oben sein, ne? Hier. Warte. Nee, nicht da, sondern da. Da. Es geht noch weiter nach oben. Okay. Es geht da nach oben. Echt? Den habe ich übersehen? Ist ja irre. Wie konnte das passieren? Das glaube ich nicht. Nee. Das ist irgendwas Verrücktes. Warte mal. So. Na. Oh, warte. So. Okay. Äh. La, 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 la. Gut. Aber hier sind wir doch jetzt schon. Nee. Es zeigt immer noch weiter nach oben. Echt? Wen habe ich denn da übersehen? Das glaube ich nicht. Hm. Aber es scheint noch okay so. Ich habe doch da mehrfach, mehrfach dran rumgesungen. Also, hm. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Ja, okay. Das sieht aus wie draußen, ne? Da ist noch jemand. Echt? So, hier, sagst du, hier ist noch jemand. Tatsächlich. Da hinten. Ah, er hier. Ach was. Nein. Mach mal nix. Oh. Oh. Warte mal. Haben wir das vorher schon gesehen? Sie sitzt ja im Rollstuhl. Ach. Und sie hat sich als Ballerina gezeigt. Aber sie und Katze sind glücklich. Nur das ist wichtig. Alles andere ist völlig egal. Damit haben wir es fertig. Steinbruch ist durch. Yeah. Steinbruch ist durch. Guck mal in die anderen Bilder. Ja, tatsächlich. Sie sitzt immer, ne? Okay. La, 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 la. Steinbruch. Den Kühlschrank geliefert bekommen. Sie hat irgendwas draus gemacht. Sie hat die Ballerina draus gemacht. Voll schön. Ach, wie schön. Ach, das nenne ich mal eine positive Entwicklung. Eine sehr, sehr positive sogar. So. Aber Leute. Das heißt. Ne, das machen wir nicht als Schlussbild. Das könnte komisch kommen. Auf YouTube. Okay. Nehmen wir das. Ist zwar nicht so positiv. Aber hey. Naja, schön. Wir sind mit dem Steinbruch durch. Leute. Jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.